Nachfragekurven mit konstanten Elastizitäten. Also wir stellen uns die Frage, welche Art von Nachfragekurve hätte eine konstante Elastizität? Beispielsweise minus 1. Wenn sich der Preis um 1% ändert, ändert sich die nachgefragte Menge auch immer genau um 1%. Wenn der Preis um 1% steigt, geht die nachgefragte Menge um 1% zurück. Wenn der Preis um 1% steigt, geht die nachgefragte Menge um 1% zurück. Es muss ja irgendeine Nachfragekurve geben, die so aussieht. Also Nachfragekurven mit konstanten Elastizitäten. Nachfragekurven mit konstanten Elastizitäten. Und also das schönste Beispiel ist natürlich zunächst erstmal die Einheitselastizität. Also wir stellen uns folgende Frage, Einheitselastizität. Welche Nachfragekurve hat eine Elastizität von ist gleich minus 1? Sprich, wenn der Preis um 1% steigt, geht die nachgefragte Menge immer genau um 1% zurück. Welche Nachfragekurve hat eine Elastizität von minus 1 überall? Überall entlang der Nachfragekurve. Und was müsste dazu eigentlich gelten? Wir haben gerade über Elastizität und Umsatz gesprochen. Wenn wir im elastischen Bereich waren, im elastischen Bereich war es so, die prozentualen Änderungen des Preises führen zu mehr als dieser prozentualen Änderung des Preises bei der nachgefragten Menge. Und deswegen geht der Umsatz zurück. Und im unelastischen Bereich, wenn wir den Preis um 1% erhöhen, geht die nachgefragte Menge nicht mehr um 1% zurück und deswegen haben wir mehr Umsatz. Aber bei 1, beziehungsweise minus 1, war es doch so, für minimale Änderungen gibt es eigentlich gar keine Änderung des Umsatzes. Also, bei einer Nachfragekurve, die überall die Elastizität von minus 1 hat, müsste es ja so sein, der Umsatz bleibt die ganze Zeit konstant. Das wäre Umsatz oder Erlös. Wir schreiben jetzt Erlös, das nennt man häufiger. Der Umsatz, beziehungsweise Erlös müsste immer gleich sein. Also, der Erlös, E, unser Erlös, der ist einfach konstant, irgendeine Zahl, und der ist ja p mal q. Jetzt will ich eine Nachfragekurve haben, also löse ich nach q auf, die Funktion für die nachgefragte Menge bei einem gewissen Preis und dann bekomme ich, ja, q ist gleich eine Form, eine, Quatsch, eine Form, eine Funktion des Preises, und zwar der Form, dass ich habe einfach, das ist mein fixer Erlös, irgendeine Zahl, ja, durch den Preis, ja. Das ist unsere Nachfragekurve mit einer Einheitselastizität. Ich versuche das mal in einem Beispiel zu verdeutlichen, sagen wir mal, dieser Erlös ist vier Einheiten, das macht es mir jetzt besonders leicht, wenn ich jetzt so eine inverse Nachfragekurve wieder zeichne, mit Preis und Menge. Der Erlös soll immer vier sein, ja, dann hätten wir bei einem Preis von vier und einer verkauften Einheit, dann hätte ich insgesamt einen Erlös von vier. Und bei einem Preis von zwei, mit zwei verkauften Einheiten, wieder einen Erlös von vier. Und bei einem Preis von eins, dann mit nicht drei, sondern vier verkauften Einheiten, wieder einen Erlös von vier. Denn ihr seht, das hier, das sind vier, dann hätten wir, das ist ein Punkt unserer Nachfragekurve, die so aussieht, das ist vier, zwei mal zwei und das wäre wieder vier, Preis von eins, mit vier verkauften Einheiten. Also kriegen wir hier unsere, sich den Achsen, ups, den Achsen asymptotisch annähernden Nachfragekurve. Und die Formel dieser Nachfragekurve ist schlicht eben irgendeine Zahl für unseren fixen Erlös. Das bestimmt eigentlich nur, wo die jetzt, wie weit die liegt, aber ansonsten sind es die gleichen Kurven. Die Nachfrage Q ist halt geteilt durch irgendeine Zahl, was auch immer dieser fixe Erlös ist, geteilt durch P. Ökonomen spielen sehr gern mit solchen Sachen rum. Das heißt, wir werden uns jetzt ein bisschen allgemeiner hier das Ganze angucken, wie man das sonst vielleicht schreibt. Also das ist ja noch unser Beispiel hier. Schreiben wir es mal etwas allgemeiner hin, dann hätten wir also eine allgemeinere Formel für Nachfragekurven mit konstanten Elastizitäten. Also wir hatten jetzt im Beispiel eine Elastizität von minus 1 überall, aber vielleicht wollen wir auch eine andere Elastizität haben, aber Hauptsache eine konstante. Also eine allgemeinere Formel wäre doch Q ist gleich und das, was bei uns eben irgendein konstanter Erlös war, das nenne ich mal Groß A, also irgendeine arbitrary willkürliche Zahl, irgendeine konstante, ja, positive Konstante, eben irgendeine Zahl mal, wenn wir das von vorher umschreiben, da stand ja geteilt durch P, jetzt schreibe ich mal P hoch minus 1 beziehungsweise mal P hoch dieser Elastizität, ja, also wem das aufgefallen ist, in unserem vorherigen Beispiel, und das ist natürlich normalerweise negativ, in unserem vorherigen Beispiel war das halt unterm Bruchstrich und dadurch hoch minus 1. Also im Beispiel diese Formel, das ist jetzt die allgemeine Formel, aber im Beispiel war das, das war Q sind gleich dieses fixe E durch P, ja, beziehungsweise eigentlich im Beispiel haben wir gesagt, Q war gleich 4 geteilt durch P, ja, und hier steht ja mal P hoch minus 1, ja, mal P hoch minus 1. Also wenn ich jetzt hier schreiben würde Wurzel P, beziehungsweise mal P hoch minus 1,5, dann hätten wir eine Nachfragekurve, die überall die Elastizität von minus 1,5 hat. Wenn der Preis um 1% steigt, geht die nachgefragte Menge um ein halbes Prozent zurück. Ist dann halt ein bisschen anders gebogen. Okay, und weil Ökonomen damit sehr viel rumspielen, werdet ihr nicht nur diese Darstellung häufig sehen, sondern noch eine andere Darstellung, also weil wir ja gerne in der logarithmierten Form schreiben, das hat damit zu tun, dass der Logarithmus im Grunde eigentlich alles vereinfacht, der Logarithmus bringt alles eine Rechenstufe runter und dadurch ist die Schreibweise etwas angenehmer, also der Logarithmus ist ja die Hochzahl zu irgendeiner Basis, also meinetwegen 2,71 sagt irgendwas zu dieser eulischen Zahl, ist der Logarithmus einfach nur die Hochzahl. Weil der Logarithmus schon die Hochzahl ist, bringt er alles eine Rechenoperation runter. Aus Potenzieren wird Mal nehmen, aus Mal nehmen wird Plus oder aus Multiplizieren wird Addieren. Das heißt die normale Schreibweise bei den Ökonomen die ihr häufig sehen werdet ist eben dann die logarithmische also wenn wir das Ganze logarithmieren und eine Rechenstufe runterbringen dann haben wir der ln von q ist dann schließlich hier lna das war unsere nicht besonders bedeutsame Nummer positive Nummer plus die Elastizität mal der ln von p also so wird man das häufiger sehen das heißt wenn ihr dann jetzt irgendeine Nachfragekurve später seht und da steht es wird es häufig geben die Nachfragekurve ln q ist gleich und dann steht irgendwas das heißt ich irgendeine Zahl minus 2 lnp ja und dann könntet ihr da sofort rauslesen wie hoch ist die Elastizität ihr wüsstet die Elastizität war eigentlich mal dieser Exponent hier der ist durch das Logarithmieren hier nach vorne gekommen jetzt kann multipliziert werden und der ist schließlich minus 2 ja also das wäre minus lnp dann oder minus 2 lnp ja könnt ihr dann rauslesen aha unsere Elastizität ist minus 2 und ihr seht dieser Formel hier sofort an für eine einprozentige Erhöhung des Preises geht die nachgefragte Menge um 2% zurück 2% einem 2% 2% 2%